Eure Panik will ich haben. Meine Herren, meine Herren, meine Herren. Moin. Bitte einmal Nahbereich. Einmal Nahbereich, 1.40 wären es dann. Da sind wir dann bei, zack, 60, zack, zack. Ich möchte jetzt gerne einen Vorschein haben. Haben sie doch gerade gekriegt. Und ich dachte schon, Micky, Micky Maus lebt in Paris unten. Und den Scheiß haben sie dann Micky Maus dafür einsprechen lassen, sie sind so wie benutzt. Ja, schönen Dank. Das war's dann mal wieder. Ah, kann doch nicht wahr sein. Gucken, wie viele Vorgäste ich ab der nächsten Hälfte stelle da noch ab. Bündeschön. Wir haben 2.30. Sie geben sogar 2.30. Ich bin beeindruckt. Äh, würde ich gerne einmal ein bisschen schicken. Ja, natürlich. Bitteschön. Einmal in Nahbereich. 1,40. Ähm. Hallo. Bitte. Nein, nein. Einzelfahrt, insgesamt drei Fahrzeuge. Halt. Danke. Bitte. Ja, ist klar. Das war doch mal wieder so arschklar, wenn ich fertig werde hier, dass er dann auf Rot umschalten tut. Aber naja, gut. Okay. Was sagt denn aktuell die Kasse? Äh, schon 103 Euro bar eingenommen. Das ist natürlich sehr schön. Nein. Wir sind knapp zwei Minuten zu spät. Ich sag ja... ...lieber ein Stückchen, äh, weiter... ...vorher losfahren, damit man dann nicht so die Verspätung drauf hat. Aber... ...naja, naja, 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 naja. Nun laufen sie alle hier, die, äh... ...die Verrader, die, äh... ...ne? Und eine... ...ansage bitte oder dauert das noch ein bisschen? Was war das jetzt hier? Durchfahren hier. Es ist doch unglaublich. Als können die sich alles erleisten, diese Taxifahrer hier. Mahlzeit. Mahlzeit. Das wären bei Ihnen 1,40. Danke. Bitte. Moin. 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 Geht. 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 Doch, ne pelos, ne, 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 ne... Und bitteschön mitspüren! Aber wo wird ein Pille mit hier? Mein Gott! So, die Zwerge regt mich jetzt schon mal auf. Könnt man den Bissenschein sehen? Ja, jetzt heult ja ne rum. War doch richtig klar. Ja, da lass mich doch durch, du Hampelmann, du Elender! Ja, jetzt ihn auf Blinker machen! Na komm vorn! Was bringt's denn jetzt? Komm mal nis rum! Klasse hier! Halt! Ich geh den ganzen Scheiß hier! Genau! Menschens, genau! Ja! Guten Tag! Mahlzeit! Moin! Moin! Ja! 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 Ob das sich jetzt da gerne aufgerichtet hat? Na, in der Einzelfahrt, die Sachen bereitste auch. Ok! Funktion! Nein, die sollen doch! Nein! Wo ist mein Fahrschein?! Warten Sie jetzt mal bitte! Wo ist mein Fahrschein? Wo ist mein Fahrschein? Zeit für Haltestelle. Durch die Terrasse. Hallo? Ja, ist doch gut. Jetzt wird die Zeit ab. Danke. Menschen, Scanner. Nächste Reiterspiegel. Alles der Choisse. Warte, warum ich die Dinger jetzt automatisch ausgeschaltet habe. Ich will durchtreten hier. Halt. Grüß Gott. Den Gesamtbereich hätten Sie gerne für 3,70. Dankeschön. Das waren wir dann bei 1,40. Cool, das war ein bisschen viel. Ja, da lag ein Euro drin. Tut mir leid. Der war noch von voren. Irgendwie bin ich raus. Die Betcherstraße. Und da wollen schon mal die 2 raus. Warum immer. Weil wir haben jetzt 26 Grad drin. Ich glaube, wir sollten langsam mal das Ding runterfahren. Jetzt erklären wir mal bitte jener hier die Ampel. So, ja. Wie gesagt, die Alt-Taste ist hier mal dein bester Freund. Das geht gar nicht hier hoch. Oh, Entschuldigung. Sie walten, äh, nahen Bereich. Bitteschön. Guten Abend. Abend. Der Grußbereich. 2,30 bitte. Bitteschön. Einzelfahrt Gesamtbereich. Einzelfahrt Gesamtbereich, wenn ich nicht das verstanden habe. 3,70 wären es dann, Bibi. Meine Fresse. 3,70, 20, 30, hier. 4,70, 20, hier. Ja, bleib doch mal ruhig, wenn ich nach links ausschauen muss. Mensch Hermann, ist es Günther, der nicht auf den Sack geht, dann ist es halt der Verkehr hier. Meine Herren, ey. Na, hier zur Zwischenzeit, mit der Scanner drauf fährt. Servus. Guten Abend. Bitte einmal einzufahren Großbereich. 2,30. Bitte schön. Ey, jetzt machen wir mal hinten die Dürerzüge. Nächste Reiterspiegel. Zahmung und Turm. Nur ganz in Hispana. Hier ist es ganz gut wie die Dürerzüge in der Furtanbahn. Ja selbst... Selbst bei den Vorgästen würde man das wohl hier auch schlecht hören. Die Ansagen ist halt nun mal so. Einmal Einzelfahrt Großbereich. Einmal Einzelfahrt Großbereich. Bitteschön. Oh, einmal Einzelfahrt für den Gesamtbereich. Bitteschön. Halt. Danke. Ich hecke noch mal in Abereich. Dann waren wir noch bei 1,40. Was haben sie mir hingegeben? Fünfer. Einmal Gesamtbereich. Natürlich, 3,70. Die erste da mal pünktlich. Entschuldigung, ich hätte gerne eine Mange. Da. Da. Einmal Großbereich bitte. Äh, 2,30 wir uns dann bitte. Eine Einzelfahrt für das Bereich da. Dann wir uns einmal 3,70 bitte. Da. Drei. Ne, 2,30. Bitteschön. Einmal den Abereich bitte. Einmal die 1,40 dafür bitte. So, hatten wir ja alle abgehandelt. Was ist denn das hier? Vorfahren auf eigene Gefahr oder mach ich das mal? Nächste Halterstelle. Mahnstefansplatz. Wir sind ja eh hier lang. Nächste Halterstelle. Mahnstefansplatz. Ach, hier. U-Bahnstefansplatz. Ich hab' auch nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechse. Da. 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 Da.